Cheers Freunde, ich hab mich gefragt, ist Social Media einig? Doch, ja, wer kennt's nicht? Achselhaare rasieren war auch mein größter Schritt. Raus aus der Komfortzone. Hey, sie tut gerade so viel für ein modernes Frauenbild. Aus tiefstem Herzen, danke. Hey, 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 hey. Wow, ich wollte übrigens nur... Liebe Grüße ausrichten. Natürlich, wie sollte es auch anders sein. Ist der TikTok-Osterhase pink. Sagt mal, gibt's eigentlich irgendwelche neuen Nachrichten? Aha, alles klar. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst super gerne ein Like da und teilt es. Das ist ganz normaler TikTok-Alltag. Wirklich, macht euch keinen Kopf mit Schale. Und wenn's mit TikTok genauso weitergeht, dann werden wir alle Geringverdiener. Und YouTube zwar Finnel, grüß ich. Geringverdiener. Bis zum nächsten mal. Vielen Dank.